Ich kaufe heute das teuerste Produkt beim Teddy. Und ich hoffe, die 5 Euro werden reichen. Okay, also krass, hier kostet schon mal alles 1 Euro. Wir haben wirklich sehr günstig angefangen mit Zuckerwarte für 1 Euro. Dann habe ich diese Sparbox gefunden, die ich wahrscheinlich nach diesem Video brauchen werde. Für 6 Euro. Leute, hier gibt es einfach Harry Potter Kissen. Nicht so ein krasser Fan, aber ich glaube, jeder, der ein Fan ist, rastet jetzt wahrscheinlich aus. Wir haben so eine Stiftebox für 20 Euro, die wollte die Nisa unbedingt haben, aber ich wusste, es geht auf jeden Fall noch teurer. Leute, hier gibt es einfach so Disney-Boxen für 2,55 Euro. Ich muss sagen, Teddy hat echt geile Sachen. Ich wünschte, ich wäre wieder ein Kind, weil ich dieses Besteckset haben will. Ist aber leider für Babys, glaube ich. Diese Schultüte mit einer Meerjungfrau hätte wahrscheinlich meine früher sein können. Das war bei eurer drauf. Ich dachte, diese Schultasche wäre das teuerste Produkt für 55 Euro. Ich habe heute was gefunden, was teurer ist. Ich habe euch auf Instagram schon gezeigt, was es ist, aber ihr könnt jetzt mal raten, was denkt ihr ist es?